Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Runde Bubble Time. Ja, das heißt mal wieder gibt es ein Football Talk und heute gibt es ein bisschen was anderes, beziehungsweise es gibt zunächst einmal ein Thema, was mit Fußball zu tun, aber auch mit YouTube, denn mir wurde eine Nachricht geschrieben, die relativ ausführlich war und zwar locker drei Zeilen oder sowas. Das ist natürlich so mega ausführlich, aber sie hatte einen gewissen Flair daran. Und auf die möchte ich jetzt erstmal eingehen. Danach gibt es natürlich noch das Real-Life-Fußball-Thema. Zunächst einmal kommen wir dazu und zwar ist das die Sache, Max, wie findest du deinen aktuellen Stand in der YouTube-Community? Damit meint er die FIFA-Community, hat er auch noch geschrieben, weil er hat einige Beispiele gebracht und er hat sich darüber beschwert, beziehungsweise er hat gesagt oder gefragt, was ich davon halte, dass Leute wie beispielsweise auch Marcel und Anton oder auch Solution Kanäle machen, auf denen FIFA-Videos kommen. Also die Zweitkanäle aufmachen, die dann halt mit ihren Call of Duty-Abonnenten gespickt sind und die dadurch halt so wirken, als wären das FIFA-Kanäle, große FIFA-Kanäle und als wären die mit FIFA groß geworden. Was halte ich davon, dass die quasi die Community so ein bisschen aufmischen, weil sie halt andere Leute sind, die in eine andere Community eindringen. Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was ich meine, aber so hat er das formuliert. Die in eine andere Community eindringen und quasi da sich bereit machen und durch ihren Fame, den sie irgendwo anders aufgebaut haben, da zu den Größten mitgehören. Quasi, Marcel hat glaube ich auf seinem Scorpion-Count, Scorpion-Plays 80.000 oder sowas, Barca hat glaube ich 60.000 und dementsprechend sind die, weil das ja bisher nur FIFA-Channels sind, mit die größten FIFA-Kanäle in Deutschland. Meine Meinung dazu ist relativ bescheiden. Also ich finde das nicht gut an sich, dass solche Kanäle dann wahrscheinlich auch beispielsweise von EA natürlich lieber gesehen werden beziehungsweise mehr gepusht werden und so weiter und so fort. Das finde ich nicht gut. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, lass die halt machen, weißt du. Ob die jetzt auf ihren Hauptkanälen FIFA bringen oder auf dem Kanal, ist mir im Endeffekt egal. Ich finde es aber nicht gut, dass Leute meinen, dass das FIFA-YouTuber sind, weil das liest man ab und zu mal und das wirkt dann so, als ob die wirklich viel Ahnung davon hätten und als ob die sich viel damit beschäftigen oder als ob die richtig gut wären und so weiter und so fort. Und ich kann euch sagen, sowohl Krieger als auch Solution, als auch Barca, als auch Marcel, die sind alle nicht gut. Die sind alle nicht gut. Von denen ist Barca wahrscheinlich der Beste. Aber trotz dessen, das finde ich halt so ein bisschen, also ich verstehe, warum er sich darüber aufregt. Ich persönlich rege mich da nicht drüber auf, ich finde das nicht so mega nice, ja. Aber ich rege mich da jetzt nicht persönlich drüber auf. Warum er es macht, kann ich aber auch nachvollziehen, weil das halt, er hat übrigens auch einen kleineren YouTube-Channel, will aber nicht, dass ich ihn erwähne. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht angeguckt, die Videos. Aber das muss ich noch nachholen. Egal. So, habe es ihm versprochen. Wisst ihr Bescheid. Was ich für ein netter Mensch bin, ne, gibt es gar nicht. So, auf jeden Fall kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, warum er das nicht so gut findet. Und eure Meinung würde ich halt gerne mal hören. Findet ihr das nervig, wenn sowas passiert? Wenn sie beispielsweise jetzt auch ein, ja, was weiß ich, ein Ungespielt, ne, nur jetzt mal als Beispiel, ein FIFA-Kanal machen würde, dann wäre der ja wahrscheinlich der größte FIFA-YouTuber. Wie fändet ihr das? Das würde ich einfach mal ganz gerne wissen. Mir, wie gesagt, ist das relativ egal, ja, weil ich diese Leute nicht als FIFA-YouTuber ansehe. In dem Moment, wo sie von anderen als FIFA-YouTuber angesehen werden, wo man selber wieder ein bisschen kleiner geredet wird, dann ist es scheiße. Aber, äh, ansonsten juckt mich das eigentlich relativ wenig. Gut, soviel zu diesem Thema. Und jetzt kommen wir zum Real-Life-Fußball. Weil es so viele Kommentare gab, war es relativ schwierig für mich rauszusuchen, welches Thema ich denn überhaupt ansprechen soll. Es gab nicht so viel, also diesmal schreibt wieder ruhig eure Vorschläge rein. Ich werde mir die durchlesen und dann, ja, machen wir das auf jeden Fall nächste Episode wieder. Aber ich habe mich jetzt letztendlich für eins entschieden, was sogar einen gewissen Aktualitätsbezug hat. Deswegen fand ich das ganz gut, habe ich so ein bisschen geflasht das Thema direkt. Und zwar geht es um Manuel Neuers Chancen bei der Weltfußballerwahl. Und hat er das Torwartspiel wirklich revolutioniert? Und da ist so die Sache bei Manuel Neuer. Er war natürlich der Weltmeister-Torwart. Er war der überragende Mann bei uns bei der WM. Ich sehe neben Neuer niemanden, der stärker war bei der WM. Es gab viele Spieler, die gut waren. Es gab einen Schweinsteiger, der sehr auffällig gespielt hat. Hummels, der teils sehr stark gespielt hat. Allerdings, naja, war Neuer halt so ein bisschen die herausragende Figur. Gerade auch im Finale mit seiner Aktion gegen Higuain, je nachdem, ob man die abpfeifen muss oder nicht, ist das ja die andere Geschichte. Aber an sich, Neuer natürlich der beste Torwart der Welt. Keine Frage, auch bei Bayern sieht man das immer wieder. Wenn der mal gefordert ist, dann hält er die Bälle meistens auch. Es passiert auch immer so etwas wie gegen Mainz, dass er getunnelt wird. Aber das passiert ja mehr als selten. Und die Revolution, die Neuer durchgeführt hat, ist aber dieses aktive Mitspielen. Das aktive Mitspielen, wie Monte jetzt sagen würde. Und ich denke nicht, dass er das erfunden hat natürlich. Also es gab auch in der Vergangenheit immer wieder offensive Keeper. Vor allem, ich glaube, in den 80ern, 90ern. Meinte mein Vater zumindest. Mein Vater ist in den 70ern geboren. Das heißt, er hat in den 80ern ordentlich Fußball geguckt. Und er meinte, da war das so. So, das Ding ist aber, dass Neuer es jetzt auf eine ganz andere Art und Weise macht. Weil Neuer ist ein Spieler, der sehr, sehr hohe Ballsicherheit hat. Ja, also der ist ein relativ guter Fußballer nebenher noch. Neben dem Torwart-Dasein. Und das sind die wenigsten. Der ist sehr schnell. Er hat eine gute Übersicht. Er hat eine gute Ballkontrolle. Und einfach auch dieser Mut zum Risiko. Vielleicht ist es, weil ihm langweilig ist. Weil er fast nichts zu tun bekommt. Aber wenn er irgendwie mal gefordert ist, dann rennt er los. Und dann kriegt er den Ball auch in den meisten Situationen. Teilweise vielleicht ein bisschen unkonventionell. Wir hatten das gegen Hamburg beispielsweise. Die Saison ganz in 0-0 gespielt haben. Da gab es noch ein paar schrittige Situationen. Und teilweise wird es natürlich auch gefährlich irgendwie. Aber meistens, weil es halt auch Bayern ist, kriegen die nicht sofort einen Konter reingefahren. Und deswegen ist das relativ gut, dass Neuer das so macht. Weil das hilft in vielen Situationen wirklich sehr weiter. Und deswegen denke ich schon, dass er das Spiel für sich revolutioniert hat. Das Torwartspiel für Manuel Neuer, für den besten Torwart der Welt. Das hat er revolutioniert. Ich denke nicht, dass er es allgemein revolutioniert hat. Weil das nicht alle Torhüter machen können. Bei Bayern ist es so, du hast halt das zweitbeste Team der Welt vor sich. Vor dir, nicht vor sich. Vor dir. Vor Sir. Genau, vor Sir. Und du bist ein vernünftiger Torwart, der vernünftige fußballerische Skills hat. Das ist aber bei weitem nicht jeder Torwart. Bei einem Buffon beispielsweise. Der hat auch ein gutes Team vor sich. Oder einen Joe Hart. Da könnte ich mir aber nicht vorstellen, dass die das machen. Einfach, weil das nicht deren Torhüterstil ist. Und auch, weil das nicht zum Stil der Mannschaft passt. Ich glaube auch, weil vor allem in der Bundesliga ist es nochmal, Vor allem im Vergleich zur Premier League ist es nochmal ein Tucken einfacher. Weil in der Premier League würde sowas, glaube ich, bestraft werden. Und zwar relativ schnell. Da würde relativ schnell ein Gegentor fallen. In der Bundesliga ist es jetzt vor allem, weil Bayern halt so eine riesige Dominanz hat, ein bisschen einfacher. Und deswegen denke ich, dass Neujahr das Spiel zwar schon revolutioniert hat, aber nicht den allgemeinen Torhüter mag, sondern nur für sich selber. Weil man sieht immer noch keine anderen Torhüter, die das großartig machen. Klar sieht man mal Torhüter rauskommen. Entschuldigung. Man sieht mal Torhüter rauskommen, aber es ist nicht so mega häufig der Fall. Und öfter klappt es halt auch nicht. Das heißt, es gibt diesen Aspekt, dass man das jetzt natürlich eher macht, weil es der Beste der Welt macht, aber ganz auf alle angewendet werden kann das nicht. Deswegen denke ich nicht, dass das allgemeine Torhüter-Spiel revolutioniert hat, aber halt für sich. Und dazu möchte ich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Und die nächste Sache ist halt bei Long Door. Er ist einer der letzten drei Nominierten mit Ronaldo und Messi. Eigentlich kann es nur zwischen ihm und Ronaldo entschieden werden, weil Messis Jahr war nicht so prickelnd. Der hat zwar jetzt in der BVA den Rekord gebrochen, ja gut, toll, toll. In der Champions-Siegen Rekord gebrochen, ja gut, toll. Hätte auch letzte Saison schon machen können, hätte da mal ein bisschen mehr getroffen noch. Er hat keinen Cheadle gewonnen dieses Jahr. Hat das WM-Finale verloren, war da sehr, sehr unauffällig. Hat allgemein auch in keinem wichtigen Spiel bei der WM getroffen. Weil was heißt wichtig, in keinem Endrundenspiel, ja nur in der Vorrunde, in der Gruppenphase hat er getroffen. War natürlich trotzdem unfassbar wichtig für die Mannschaft, einfach weil Messi, Messi ist halt Messi. Wenn er da ist, der spielt Pässe, der leitet Angriff an und so weiter und so fort. Aber getroffen hat er nicht. Und es gab deutlich bessere Spieler bei dem Turnier. Und im Endeffekt hat er trotzdem wieder von der FIFA den Ball des Spielers in den Arsch geschoben bekommen. Das ist der einzige Titel, den er vorzuweisen hat. Neben halt dem Rekord, den er gebrochen hat. Die Sache ist, dass man jetzt wieder sagen kann, ja Messi hat Rekorde gebrochen, was hat Ronaldo gemacht? Ronaldo hat viele Tore geschossen, Ronaldo war eben unauffällig. Auch da kann man wieder sagen, Ronaldo war verletzt bei der WM. Da würden jetzt viele sagen, ja, wieso hat er denn dann gespielt und bla bla. Weil Ronaldo bei weitem der beste Fußballer in seinem Land ist. Und weil Ronaldo sich so ein Turnier nicht gegeben lassen hat. Der war ja auch schon beim Champions League Finale verletzt. Da war er auch mega angeschlagen. Hat man auch gemerkt, wenn man mal hingeguckt hat. Auch die Körpersprache alleine. Aber er lässt sich sowas halt trotzdem nicht nehmen. Und viele verbinden nur den Freistoß gegen Lahm damit, mit seiner WM. Aber man muss immer sehen, wie der auch gespielt hat. Das soll jetzt aber gar nicht auf Lahm, äh auf Lahm, genau, auf Ronaldo, Messi rauslaufen. Es ist nur die Sache, dass Messi meiner Meinung nach schon mal raus ist eigentlich aus der Geschichte. Weil beispielsweise ein Robben war besser, ein Rammes war in meinen Augen auch noch besser. Es gab viele Spieler, die dieses Jahr besser waren als er. Ein Schweinsteiger beispielsweise auch. Auch ein Lahm, auch wenn Schweinsteiger jetzt erst lange verletzt war. Gut, dann kommt Neuer ins Spiel. Und Neuer hat die Weltmeisterschaft gewonnen. Neuer ist Meister geworden, Neuer ist Pokalsieger geworden. Neuer ist im Halbfinale der Champions League rausgeflogen. Und Neuer hat dieses Jahr nicht den Supercup gewonnen. Ja, der hat ja gegen Dortmund verloren, das Spiel. Und den anderen Supercup, den internationalen, also den hier, den europäischen Supercup, den konnte er nicht gewinnen, weil sie nicht die Champions League gewonnen haben. Des Weiteren ist es noch so eine gewisse Sache, weil ich finde, man sollte differenzieren. Das ist auch irgendwie allgemein die Meinung von vielen. Zwischen dem Welttorwart und dem Weltfußballer. Weil es gibt einen großen, großen Unterschied zwischen einem Weltfußballer und einem Welttorwart. Natürlich ist ein Torwart wichtig für ein Team. Aber man sieht auch teilweise bei Top-Teams, dass die auch mit B-Keepern nicht unbedingt schlecht darstellen müssen. Das war jetzt schon seit Ewigkeiten, fällt mir jetzt kein mega starkes Team mehr ein, das irgendwie einen relativ schlechten Torwart öfter mal spielen lässt. Aber man sieht es beispielsweise bei Dortmund. Dortmund ist zwar momentan sehr schlecht da, aber trotzdem sind die ein gutes Team. Und trotzdem setzen sie jetzt den Weltmeister-Torwart auf die Bank und bringen Mitchell Lengerak. Und das zeigt, dass auch ein durchschnittlicher Torwart, weil Lengerak ist nicht so krass gut, dass auch ein durchschnittlicher Torwart ein Team in gewissen Situationen rechnen kann. Also es ist nicht die wichtigste Position. Das Wichtigste im Fußball ist immer noch das Tore schießen. Und das darf man bei dem Ganzen nicht vergessen. Und Ronaldo hat diese Saison jetzt in 14 Spielen schon 25 Tore geschossen. Letzte Saison war er Torschützenkönig, Torschützenkönig der Können Champions League. Hat die Champions League gewonnen, hat Real quasi im Alleingang ins Finale geschossen, mehr oder weniger. Hat den Supercup gewonnen. Hat dazu dann noch den Copa del Rey gewonnen. Natürlich nicht die Liga, das hat Atletico gewonnen. Keine Frage, Atletico hat da sehr gut gespielt. Und des Weiteren war er halt bei der WM nicht so überragend. Aber alleine der Fakt, guckt euch mal die Rekorder an, die Ronaldo gebrochen hat. Ich bin der Meinung, dass Ronaldo den Weltfußballer verdient hat. Es gibt viele Deutsche, die sagen, Max, du musst doch für die Deutschen sein. Ey, das ist Neuer, der muss doch mal wieder deutscher Weltfußballer werden. Nein, mein Augen nicht. Weil Neuer kein Fußballer ist. Neuer ist ein Torwart. Neuer ist Welttorwart, keine Frage. Aber Neuer ist für mich kein Weltfußballer. Einfach weil seine Leistung, sagen wir mal so, ohne Ronaldos Tore, wo er in den meisten Fällen nur Ronaldo geschossen hätte, wäre Real nicht so weit vorne gewesen. Wäre Real nicht so weit gekommen in vielen Wettbewerben. Ohne Neuer, wenn dann Tom Starke gestanden hätte, dann weiß man nicht, ob der eventuell auch so die Dinger gehalten hätte teilweise. Natürlich wären wir dann eventuell nicht Weltmeister geworden. Aber das kann man auch nicht so ganz genau sagen. Was man schon eher sagen, man kann die Torhüterposition meiner Meinung nach einfach nicht von der Feldspieler Position vergleichen. Schon gar nicht mit dem Flügelspieler. Also so ist das zumindest in meiner Sicht. Also ich denke, dass Neuer der Welt Torwart ist, gar keine Frage, der beste Torwart der Welt, aber nicht der Weltfußballer. Aber ich bin da so ganz versteift, dass ich das differenziere. Das könnt ihr für euch selber anders ausmachen. Es ist eure persönliche Entscheidung, wer für euch der Weltfußballer ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, mich würde es mir interessieren. Aber für mich ist es halt diese Differenz zwischen den beiden Positionen, beziehungsweise zwischen allgemein der Position des Torhüters und der des Feldspielers. Und deswegen ist der Weltfußballer für mich ein Feldspieler. Und es wäre einfach Ronaldo dieses Jahr. Und er hat es sich nach den Leistungen, die er jetzt vor allem in dieser Saison bisher gebracht hat, definitiv auch verdient. Und man kann jetzt ihn haten, okay, muss nicht sein, wer es machen muss, von mir aus. Neuer hat sich auch theoretisch verdient, aber wie gesagt, ich habe halt meine Sicht der Dinge und deswegen glaube ich auch, dass Ronaldo Weltfußballer werden wird. Und ja, so viel zu diesem Thema. Gut, das war es von diesem Video. Mein Facebook rastet hier gerade im Hintergrund aus. Ich denke mal, ihr hört es. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir neue Themenvorschläge in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.